Hallo zusammen bei BESAGAN. Ich bin Ben. Und das ist Sammy. Hat mir das jemals? Ja, ist ja wohl nicht. Ich weiß gar nicht mehr. Ist ja egal. Also, hallo zusammen bei BESAGAN. Ich bin Sammy. Ich bin Ben. Und heute spielen wir eine weitere Runde Another World. Genau. Wie rennt man? Ach so. Da kommst du her. Ja, ich will hier hoch. Da war ja dieser Prügeltyp. Genau. Oh, boing. Wieso wirst du jetzt wieder hoch? Oh! Da wirst du nur verschossen. Ein Leben verloren. Äh, lel. Tschüss. Drei Leben verloren. Äh, das ist doch Nummer zwei. Ist das jetzt eingestellt? Hat das Spiel jetzt das zweite Gerät erkannt? Das fängt ja super an. Wieso kann ich den jetzt steuern? Ähm, ich habe extra, habe ich, habe ich das andere Gamepad zuerst eingesteckt, damit das andere Gamepad, Gamepad eins ist. Und jetzt das, was das Gamepad zwei ist, das das Spiel, das Gamepad zwei nicht erkennt. Man hat einfach Lust, heute Gamepad zwei zu nehmen. Es gibt keinen Grund, wieso. So, so, jetzt mal los hier, heien, so. Jetzt geht das. Nicht, nicht rennen, hier. So, wie schiess ich? Ach, so, so. Oh. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Da hat eine Störung. Da ist die Hyperaktiv. Fangen wir da, du nennst Munition. Wo fassst du? Hier will ich hin. So. So. Jetzt gehst du hier nach vorne. Oh, oh. Das war jetzt aber relativ fies. Ich habe das Schutzschild vergessen. Das war mein zweites Leben, oder? Ja. Gut. Nummer drei. Fink. Bäm, bitch. Darf ich das sagen? Darf ich das sagen? Ja, ja, du darfst das sagen. Oh, hier geht es gar nicht weiter. Da ist eine Wand. Fink. Oh, das war's. Renn, 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 renn. Bevor irgendjemand kommt. Das war daneben. Ähm, okay. Juhu. Hat die Waffe wieder auf? Seine Waffe hat er wieder aufgeladen. Ich wusste gar nicht, dass sie nicht mehr, äh... Mäuert. Ja, da unten ist jemand. Da kannst du in die Knie und zwischendurch schiessen. Ja, das dachte ich auch, aber ich kann nicht... Ah, jetzt. Das hat den irgendwie nicht interessiert. Ah, 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 ah. Jetzt muss ich eher nach unten. Unten. Ja, mal schauen gehen, was wir angerichtet haben. Oh, la, la, la. Jawohl, das war das dritte. Ja, du bist auch ein Schafsäckel, du. Ja, ja. Das ist jetzt mein neues, mein neues Kennzeichen, mein neues Sprichwort. Ich sage jetzt in jedem Video sage ich einmal, du bist auch ein Schafsäckel. Ich habe ihn getroffen. Das war besser, ja. Bei mir wäre er gar nicht tot gewesen. Ich glaube, der kommt nicht. Vielleicht war das der gleiche. Der war bei mir nicht tot und dann ist er hochgekommen, um zu schauen, was da los ist. Das heißt... Du schleißt dich da durch. Da mussten wir, äh, was mussten wir da? Irgendwas kaputt schießen, damit oben die drei Türen aufgehen, wenn man hinläuft. Was ist jetzt nicht der so da? Dieser... Alien? Der ist tot. Oh, Prisoner of Ice könnte man auch spielen. Das ist Adventure. Rüber, runter, 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 rüber... Oh. Ah, wow! Okay, runter. Ich wollte rüber... What the fuck was... Jetzt hast du immer noch die Chance, rüber zu hüpfen. Wo bin ich? Kannst du da die Wand kaputt schießen? Nicht. Okay, kein Easter Egg. Schau dir. Na dann. War das das zweite oder das zweite Mal? Mach nochmal. Das war spannend, aber ich habe jetzt geschnallt, wodurch es geht. Ich glaube, ich auch. Ich mache hier einfach nichts. Dann gehe ich hier hin und dann... Oh, das war... Oder auch nicht. Oder auch nicht. Number one. The large. Oh shit, das war nicht, was ich wollte. Und jetzt, was mache ich jetzt? Da kannst du gar nicht, äh... Ich bin noch am überlegen. Ah, weißt du, was ist das Problem? Müsste da nicht unser Freund rauskommen. War das schon das dritte Mal? Ja. Nein, das zweite Mal. Nee, ich bin zuerst zur Tür gegangen, gestorben. Dann bin ich nach rechts, bin gestorben. Zur Tür, jetzt bin ich wieder gestorben. Okay. Das war schon dreimal. Aber ich werde hier wieder ganz kurz schneiden. Wer wird schneiden? Ich werde hier ganz kurz schneiden. Ich muss mal schauen, ob wir unseren Freund, äh... Ob der frei ist. Ob der kommen kann. Hätte ich nicht schauen sollten. Schauen, schau, schau. Schauen sollen. Installiere Audio-Triber-Update. Blüm, blüm. Bessere Stimme installiert. Dafür funktioniert der Rest nicht mehr. Genau. Oh, schade. Dafür funktioniert das Gehirn nicht mehr. Oh! Ich habe doch gar nichts gemacht. Hallo? 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 Ich schreibe den einfach davon. Nein! Nein! Nein, du hast ja noch zwei Leben. Ich habe schon viermal. Das ist schon viermal. Das ging aber schnell. Barbie! Da unten ist unser Freund im... Dings, Bums, Lüftungskanal. Ah, da ist eine Platte, da kommt er runter, da kommt er runter. Da kommt unser Freund und rettet uns. Oder eben auch nicht. Aber der braucht viel zu lange. Der klettert da so langsam voran. Ah, lol. Ah, kommt er! Ja! Ja! Nein, dann schau es erst mal an! Was tust du? Ich wollte nach oben rüpfen. War das das zweite Mal? Ich weiss nicht, mach nochmal. Ich darf nochmal! Ich war gut. Du darfst nochmal sterben. Ich werde nicht sterben. Ich dachte, man müsse hier irgendwie schon Schutzschilde machen und so und die Zeit rauszögen, damit der da durchklaxeln kann. Aber hier scheint es auch zu gehen. Zum Glück haben wir die Waffe aufgeworfen. Ja! Dann nehm auch schon Schutzschilde! Oh! Geh nach links! Geh nach links! Wie bist du jetzt da hinten hochgekommen? Er läuft jetzt automatisch da hinten hoch. Ich kann jetzt nicht mehr nach rechts hin. Ich muss... Kannst du nicht irgendwie runter, äh... Nee, kann man das in diesem Spiel noch. Le? Siehst du, es war gut, dass du da nach links gegangen bist. Ich hatte keine Ahnung. Aber, ähm... Ja. Jetzt machst du den Moonwalk. Jetzt schlafen sie sich! Jetzt schlafen sie sich! Ja, tu was! Nein! Nein! Er ist tot! Shit! Muss das so sein? Keine Ahnung! Jetzt ist der toter Hoshi! Hui! Errungenschaft freigeschaut! Keierfall! Hu 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 hu! Hu hu hu! Hu hu hu! Jetzt habe ich eine Chance! Ich will mal schauen, was passiert, wenn ich jetzt auch hier lang gehe. Okay, die räumen auf. Okay, die räumen auf. Dann ist das einfach Schnuppe, was ich hier tue. Ich darf keine Munition verballen. Ich darf keine Munition verballen. Was ist hier meine Munition? Pfff! Ich habe keine Munition. Ich habe keine Munition verballen. Ja! Ja... Das war eigentlich gut. Alter, ich hab zuerst geschossen. Das ist doch Schiebung. Das ist doch Schiebung. Das war gut. Okay, dann macht man nichts durch. Über die Barriere laufen und dann... Oh! Yes! Sehr gut. Will der dich jetzt irgendwie Huckepack nehmen oder so? Nicht schnell. Ah, doch! Hui! Vielleicht solltest du deine Hand runterstrecken? Jetzt hängt er da. Oh, es geht gar nicht weiter. Du musst ihm irgendwie... Oh! Ja! 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 Nein! Ja! Nein! Ja! Ja! Nein! Ja! 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 Radikalisch gerettet, oder? Soll ich anfangen? Ja, du kannst anfangen. Okay. Kann ich die Torte, kann ich jetzt Mus draus machen? Ich kann jetzt so die Torte, die ich gegessen habe, verkleinern, indem ich hier meinen Magen gegen die Tischkante drücke. Genau. Und somit wird aus der Schokotorte wenn es hinten rauskommt Schokomus. Also. Dann guckst du mal, ob es jetzt tut. Hier sind wir wieder bei Besagand. Schon wieder bei Besagand. Beim Blumen pflücken niemals die Luft einatmen. Er kann es langsam nicht mehr. Das war's. Das war's. Ich wollte wieder Das war's. Das war's. Vielen Dank.